Weihnachten in 60 Sekunden Es ist ein Name. Nein, eigentlich sind es zwei Namen, die für dieselbe Person stehen, um die es an Weihnachten geht. Immanuel. Mit diesem Namen hat der Prophet Jesaja die Geburt von Jesus angekündigt. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Jesus, der Retter, ist geboren und in unsere Welt hineingekommen. Da, wo ich einsam bin, Gott ist mit mir. Da, wo mich die Angst gepackt hat, Gott ist mit mir. Da, wo ich Fehler gemacht habe, Gott ist mit mir und möchte mir helfen. In jener Nacht, als die Hirten die Engel singen hörten, Ehre sei Gott in der Höhe, denn er hat Frieden auf die Welt gebracht, Frieden für alle Menschen, die bereit sind, ihn anzunehmen. Da liessen sie alles stehen und liegen und wollten unbedingt diesen Friedensstifter, diesen Immanuel, sehen. Das ist Weihnachten, wenn ich mich aufmache, um Jesus zu sehen und erlebe, dass Gott mit mir ist. Das ist Weihnachten, wenn ich mich aufmache, um Jesus zu sehen und ihn anzunehmen. Das ist Weihnachten, wenn ich mich aufmache, um Jesus zu sehen und mich aufmache, um Jesus zu sehen und anzunehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017